so hallo herzlich willkommen hier ein kleines erklärungsvideo aus aktuellem anlass und zwar ist jetzt ja mit dem 9 dezember beziehungsweise 10 dezember diese frist rumgegangen bis dahin quasi spätestens beziehungsweise schon davor den mobile authentificator aktivieren hätten müsste um genau zu sein müsste man den authentikator bis zum spätestens zweiten zwölften 2015 aktiviert haben um jetzt dieses problem nicht zu haben und ja für alle die das nicht gemacht haben haben jetzt folgendes problem wenn ihr jetzt was traden wollt wird es von steam quasi zurückgehalten das seht ihr hier missing items you have one trade and hold das heißt quasi so viel wie steam hält einen trade in der luft sage ich mal also zwischen eben dir und deinem handelspartner und ja zu einem war es bei mir so also ich habe den authentifikator vor dem zweiten aktiviert ich dürfte sozusagen eigentlich nichts haben vorweg muss gerade mal gucken wenn ihr das gemacht habt und euch denkt hey ich habe das alles gemacht wie die das verlangt haben macht eins geht auf profil bearbeiten geht auf meine privatsphäre einstellung und geht hier unten und bestätigt auf jeden fall die e mail handelsbestätigung markttransaktionen also bestätigt quasi e mail dass sie eine markttransaktion durchführt macht es auf jeden fall auch aktivieren ich hatte nämlich das alles gemacht hatte deshalb auf deaktiviert und dann konnte ich auch nicht mehr handeln habe ich aktiviert konnte sofort handeln also achtet auf jeden fall darauf dass sie das aktiviert ihr müsst dann hier auch nicht mit dem e mail sondern auch mit dem handy das ganze bestätigen ist daher ganz eigentlich ganz okay geht relativ schnell wenn ihr euer handy zur hand habt ansonsten ist es halt blöd aber gut das ist halt ja steam so und jetzt denkt euch so warum habe ich denn einen trade in hold wenn ich das alles gemacht habe wie sein sollte und ich auch traden kann es ist folgendes ich habe ein kumpel knife geliehen quasi zum spielen und habe dann jemand gefunden der mit das knife traden möchte und habe dann gesagt okay hey du schickst mir kurz zurück beziehungsweise habe ihm ein offer geschickt mit meinem butterfly knife dass er wieder knife hat zum spielen dass das andere knife zurückkommt und ja haben wir gemacht auf einmal denke ich so okay mein butterfly ist weg dann muss jetzt irgendwo das karambit sein war es aber nicht und dann habe ich die schöne nachricht hier bekommen und hier sieht man es jetzt schlecht ach doch hier war es gerade einer zurückgehalten klicken wir da eben drauf also der quasi hier ist der handel am 10 dezember 2019 blablabla zurückgehalten bis zum 13 dezember das heißt bis zum 13 dezember um so und so viel uhr zeit kann ich damit nichts mehr machen er kann nichts machen mein item ist aus dem inventar sein item ist aus dem inventar es hängt quasi zu komplett in der luft und die ganz krasse sache ist da müsst ihr aufpassen wenn jetzt sagt okay scheiß drauf ich will das knife zurück haben und brecht den handel ab dann kriegt ihr einfach in sieben tage komplett trade bahn also ihr könnt jetzt in dem zustand noch traden der andere eben nicht der hat quasi den authentifikator nicht pünktlich abgegeben und somit hat er jetzt diese trade bahn das heißt wenn ihr das gemacht habt und mit jemand handelt der das noch nicht gemacht hat also der eben den authentifikator nicht rechtzeitig aktiviert habt seid ihr im prinzip genauso mit drin gefangen und euer item wie seins hängt eben drei tage in der luft und dann wird der trade denke ich mal ganz normal abgewickelt aber bis dato ist es geht es halt eben nicht ist finde ich ein bisschen krasse aktion von steam es ist richtig krasse aktion von steam zudem was soll ich denn machen kann ich jetzt mit leuten handeln aber ich weiß nicht ob die das gemacht haben oder nicht und dann hängt das item drei tage in der luft wenn ich sage okay ich will das item zurück haben breche ich ab und habe sieben tage eine komplette handelssperre also das finde ich ein bisschen krass von steam ihr könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob der ob ihr damit der ganzen geschichte auch probleme habt wenn ihr probleme habt und vielleicht nicht wisst was genau machen schreibt auch in die kommentare ich versuche ich so gut wie möglich weiter zu helfen ja ich finde es scheiße ich finde es extrem kacke weil ich eben auch bei mir ging es darum im gegenstand zu 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 handeln wo ich sage ich hätte einen richtig guten trader mitmachen können ich hatte vor da mit so probleme das ding zu traden und muss jetzt im prinzip drei tage warten und hoffen dass der gegenstand nachher noch da ist und ja ansonsten gibt dem video daumen hoch schaut heute abend wenn ihr es gerade noch anguckt also am elften zwölften jetzt ist halb neun ich werde jetzt dann demnächst anfangen zu streamen schaut auf jeden fall auf das live stream dabei vorbei ich würde mich freuen und dann sage ich vielen dank fürs einschalten und bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal